Was ist die Möglichkeit, dass es ein sehr junger Kontinent ist, also mit sehr vielen jungen Menschen? Oder auch das Klima, das natürlich sehr viel wärmer ist als in anderen Regionen der Welt. Aber bis jetzt weiß man das natürlich noch alles nicht so genau. Aber es gibt schon auch bestimmte Gründe, die sicherlich auch geholfen haben bis jetzt. Viele afrikanische Regierungen haben sehr schnell und sehr effektiv reagiert auf den Virus. Zum Beispiel in Uganda wurde schon Anfang März, wurden alle Einreisende aus Ländern, wo es mehr als 100 Fälle von Corona gab, in eine zweiwöchige Quarantäne gesetzt. Also auch Leute, die aus Deutschland kamen. Und sehr viele Länder haben auch früh Lockdown-Maßnahmen betätigt. Zum Beispiel in Südafrika, als es etwa 400 beschädigte Fälle gab. Und in Rwanda gab es praktisch nur 20, 30 Fälle, als das Land in einem Lockdown ging. Wie war die Corona-Virus? Es gibt das African Center for Disease Control and Prevention, also eine Art Gesundheitsamt der Afrikanischen Union, was regelmäßige Pressekonferenzen hält, die positiven Fälle und Todesfälle sammelt und auch sehr viele Schulungen für Gesundheitspersonal durchführt und Testkapazitäten aufbaut. Zum Beispiel gab es Anfang Januar kein Labor in Afrika, was die Möglichkeit hatte, einen Corona-Test durchzuführen. Und inzwischen können es 48 von 54 Ländern selber machen. Und zum Beispiel im Senegal wird angemessen der Zahl von Corona-Bestätigten-Corona-Fällen mehr Teste durchgeführt, wie in Ländern wie Italien und Frankreich oder Großbritannien. In vielen Ländern gibt es nur eine Handvoll von Beatmungsgeräten und das ist natürlich ein großes Problem. Für viele Afrikanerinnen und Afrikaner ist aber trotzdem das größere Problem die Konsequenzen von Lockdown-Maßnahmen, die natürlich auch nur bedingt funktionieren können, wenn viele Menschen sehr nah aneinander wohnen, wenn viele Menschen im formellen Sektor arbeiten und auch wenn sie auf Tageslöder abhängig sind zum Überleben. Deswegen haben sich auch viele afrikanische Regierungen genau konkret Maßnahmen überlegt, damit umzugehen. Also gibt es in vielen Ländern, werden Strom- und Wasserrechnungen übernommen für ein paar Monate. Es gibt Geldtransfers für besonders bedürftige Menschen und aber auch andere Maßnahmen. Zum Beispiel in Kenia wurde eine neue Idee entwickelt, dass vor allem Künstler staatliche Gelder bekommen können, wenn sie durch ihre Kunst die Bevölkerung über Covid-19 informieren können. Assistance in terms of hot food was given daily to the affected communities, especially in areas where we noted that the poor and the vulnerable lived. and these were assisted. What is particularly worrying is that the government or our efforts is too much concentrated in the capital city or other cities of the country. And that's a particular worry, that those of us in the hinterlands, at the periphery, at the grassroot, what happens to us, what happens to these people when they come here. We are putting our people here at risk. What is the impact of African journalists? What is the impact of African journalists? Es gibt wunderbare afrikanischen Journalisten, Intellektuelle, die viel gerade über Corona schreiben und die Auswirkungen in den jeweiligen Ländern. Und es gibt ganz, ganz tolle Blogs, die die sehr schnell und frei zur Verfügung stellen, so dass sich auch Afrikaner auf dem Kontinent oder Afrikanerinnen auf dem Kontinent selber, die auch lesen können und kommentieren und beantworten wollen. Zwei Beispiele sind zum Beispiel, Africa is a country, was natürlich ironisch gemeint ist, es ist ein ganz wunderbarer Blog, oder African arguments. Also beide könnte ich sehr empfehlen zum Lesen, wenn man mehr hören will, was in Afrika passiert. Das ist ein ganz wunderbarer Blogs.